So, hier bin ich wieder. Meine Damen und Herren, liebe Schulfreunde. So, dann gehen wir jetzt mal wieder nach draußen auf den Hof und die feiern der Halloween. Kannst mal sehen. Feiern dort Halloween. So, mal gucken, was uns heute hier so erwartet. Wow. Die hängen einfach mal hier so in der Luft. Naja, warum nicht? So, ich muss mal sehen, dass ich irgendwann auch wirklich mal hier rauskomme. Hallo? Geht's noch? Ich hab's gar nicht getan, ihr Dödel. So. Oh. Oh. What? You have to do something. You have to do something. Oh. Go to your mind. That tempering with fire extinguish is a federal affair for you. Yeah good thing I'm with. It's going faster if I had to go to the floor. Now what? Do not forget it. Please go to your lab stations. Okay. I have to go to the floor now and for God's sake don't eat anything. Good job keep paying attention. Fascinating isn't it? Keep up the good work you're almost done. So. You're a regular bunny scientist Mr. Hopkins. Oh, what have we learned? Hopkins is dominating. Oh. Stinkbomben. If I read it correctly. What's going on? What's going on? I hear you're mechanically apt, but I'm not sure I believe it. Care to prove me wrong? Okay, I'm in. Very much obliged. Hello. You know you're not allowed to. Uh. Three spinners. Hmm. Let's see. What do I have here? Oh, the entrance. I'm not going to go out. What do I have here? Oh my gosh, how. I have to hold it very carefully. Okay. I'm going to let go of my leg. okay ich muss das noch mal versuchen der kandidat so hallo okay also ach du kacke ich muss ja noch mal dahin laufen schnell die treppe hoch hier okay das ist nicht so einfach hier mit den kandidaten also also Ich muss immer wieder schnell gucken, da man nie weiß, wo die Asnesis herkommt. Was ist das passiert? Was ist das passiert? Na, das kommt mit zwei, Alter. Das muss man so lange durchhalten, das ist echt Wahnsinn. Ja, ich glaube gleich wieder von rechts. So schnell kann ich doch gar nicht gucken, wie die da angelaufen kommen und dann wieder werfen, ey. War doch gerade wieder weg auf der Ecke. Dann die decenten Textbote und kompetenten Lehrer. Was haben Sport für dich getan, außer... Alter, ist der schon wieder rot, ey. Wollt ihr das, ihr Prick? Ich werde dich dann auch mehr populär machen. Ich denke, ich werde es machen. Wir sehen und muskulär. Oh Gott, ey. Warum hast du noch versucht? Oh. 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 Da unten und oben. An der Suche kann ich gar nicht, Mann. Das ist doch Wahnsinn, ey. für Ernest. In Closing, remember, a vote for E means a vote for me. Thank you everyone. Good night. So schnell immer. Links, rechts, oben, dann wieder rechts und oh, ey. 10 Dollar haben wir gekriegt. Okay. Super Schleuder erhalten. Na gut. Warum komme ich denn da mal nach draußen, ey? So, was haben wir denn da oben? Fünf Sterne. Hm. 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 Help your fellow Bullworth Academy. I hear you're mechanically apt, but I'm not sure I believe it. Care to prove me wrong? Yeah, okay. Very much obliged. Na schön. Ne, nicht da. Mal gucken. Blablabla. Laber nicht, Alter. Sollen wir mal hier was gucken, Mann. Nein, blau ist ja verstecken und rot ist ja knacken. Aber hier ist nichts zum knacken. Ne, die ist nur blau. Rot ist ja gar nichts. Hier ist einer rot. Der ist da hinten. Drei Mal muss ich das machen. Okay. So. Einmal. Bum, 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 bum. Geh weg. Geh weg, Mann. Oh Gott. Warum muss der denn einen nachkommen, ey. Nein, da ist nichts. Hier ist noch einer. Einmal. Und zweimal. Und zweimal. Oh. So einmal. Gut, jetzt noch einmal knacken gehen. Jetzt kommt der, ey, das gibt es doch nicht. Ja, geht weiter, das ist gut. So, komm. 10 Dollar wieder mal gekriegt. In Ordnung. Okay. Dann komm mit. Jetzt einmal hier runter. Ähm. Hallo. Ne, das da oben ist, zeigt er wieder was anderes an. Wo sind der Dicke? Der ist doch gar nicht da. Hä? Merkwürdig. Der ist ja gar nicht da. Oh. Seltsam. Aber die Aufgabe doch angenommen. Ja. Ja. Hi. Achso. Äh. Was willst du denn? Nein. Nein, du bleibst draußen, Mensch. Halloween. 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 Ja. Ja. Ich habe mich so großartig. Kürzlich. Ja. Ja. Ich bin kein Leben. Ja. 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 Hm. Let's go get Pete. I got a real nice costume. Okay. Ich hab doch keine Kasse. Gib her. Alter. Und so. Jetzt hör doch mal auf. Geh doch mal. Oh du Dödel ey. Das gibt's doch gar nicht. Move. Äh das ist unmöglich. Alter ich kann einfach nicht mehr meine Finger tun von weh, Mensch. Äh wie doof ist das denn? Ja. Und wieder einfach. Ey das ist bescheuert. Der geht nicht mehr K.O. ey. Mann. Triffst da paar mal und nö der spürt gar nichts. Kannst du mir helfen, Sir? Na fünf Streichel sollen wir spielen. Na gut. Ah. Jimmy, buddy. Ich brauche deine Hilfe. Was denn? Oh. 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 Wieso müssen die denn andere immer mit ein? Nein. Mann. Na ja. Wenn du dich aus dem Kopf hast. Okay. Hallo. Äh die Kamera. Äh die Kamera. Hallo. So. So. Dann nehmen wir die nächsten. Ah ja. Gut. Mal sehen. Ist das mit denen oben vielleicht? Wie geht's mit Eierwerfen? So. Einen haben wir. Komm her, die Mädels mal mit Eierwerfen. Ja. So. Ach, wir brauchen auch Eier. Hehehe. Was liegt denn da? Kann ich nicht aufladen? Ah. Gut. Und wer wartet hier auf mich? Gut. 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 Hör mal. Lässt du meinen Haar unter in Ruhe? So. Sonst? Das hier? Hm. Okay, da kommen die jemand. Okay. Drei Stück mit stinkbombenwerfer. Ey, das ist ein Mädchen. Sie sind sowieso. Guck mal. Haha. Sonst. Dann sei. Ich bin gar nicht aufgeregt. Ich bin gar nicht aufgeregt. Drei Stück mit nachzumachen. Du bist Donc da mit ganzem Dingern. Du bist dann nicht ganz gut mit. Genau. Komm Heicher. Kann ich dich bitten? Ja. Du bist schüpfing zu dir. Ich bin zu aufgeregt. Ich bin bei dem... Ich bin in die Balls. Entschuldigung. Oh, vielen Dank. Ich hoffe, dass jemand so schlecht wird. Mann, ich muss mich so zu stoppen sein. Ja, guck mal. Ich mag das. Alles klar, noch einer. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Und noch mal hier. Bam, Tor. Hi. Okay, Moment. Ja, warte, warte. Geh doch mal auf den Weg. Okay. Okay. Wie? Eier werfen, macht wahr. In Ordnung. Wann kann ich ja mal hier vom Gelände runter und rein in die Stadt, sag mal. Wann ist denn das möglich? Der große Streich. Okay. 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 Okay, hier ist das Problem. Wir werden den Chad's dog ein bisschen dieser Rancid-Meat. Wait für ihn zu nehmen, und dann... Wann, was zur Hölle? Ich bin weg. Whatever, Pete. Okay, wir machen das, Jim. Und ich werde das alles erzählen später. Geh da hier, du kleine Mutt. Hey, was hast du mit Chester? Oh. 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 Hier ist das, was hab ich alleine! Es ist spät. Wie geht's dich,� covenant! Wie in worship, ein bisschen eine Unmündung für einen Ritfall? Yum, 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 yum. Das ist gross. Wairs ese. ich habe eine andere stinkbombe ja 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 und erlaubt es bedreht denn ich weiß da wollen wir ja die lehrer einen kleinen streich spielen alle haben auflösen ah ja ok get ready what the devil is going on out here oh god damn i said i do it up Ich würde mal sagen, ich gehe raus und dann da in mein Bett rein. Denn ich muss ja hier auch mal schlafen. So Leute, dann hier rein ins Zimmer und dann schlafen wir. Bis zum nächsten Morgen. So, ich kann mich erstmal umziehen. Ich wollte erstmal durch wechseln. Wie sieht denn das aus? Beine und Füße. Okay. Ringer. Auch gut. Was ist das? Halloween-Kostüm. Pyjamas. Nehm ich erstmal. So. Und dann schlafen wir. So, dann machen wir erstmal speichern und beenden das erstmal für heute. Und dann sage ich danke fürs Gucken und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bye. Bye.